Hallo und herzlich willkommen in der heutigen Folge reden wir über 6 Transfers für den 1. FC Kaiserslautern. Als ersten Abgang habe ich Johan Nihus. Er ist 21 Jahre alt, spielt auf der 6. Position und konnte in dieser Drittliga-Saison 17 Spiele machen. Er hat einen Marktwert von 175.000. Ersten Neuzugang habe ich Lukas Wuttenberg. Er spielt bei Herrenwehen in der Ehredivise. Er ist 28 Jahre alt, hat einen Marktwert von 650.000, ist linker Verteidiger und konnte von 34 Spielen 19 Spiele machen. Er war ein paar Mal verletzt oder saß ein paar Mal einfach nur auf der Bank. Und er ist ab Sommer vereinslos. Als nächsten Abgang habe ich Avdor Spajic. Er ist 25 Jahre alt, war im Tor in dieser Saison die Nummer 2, konnte 3 Spiele machen und sogar alle 3 zu 0. Er hat einen Marktwert von 225.000. Den würde ich einfach abgeben, weil man hat schon Gral und Lute verpflichtet für die 2. Liga-Saison und ich glaube, dass somit auch seine Nummer 2 schon gefährdet wäre und deswegen würde ich ihn abgeben. Als nächsten Neuzugang hätte ich Bundesligaspieler Jammo Ravek. Er ist 32 Jahre alt, spielt beim FCA, hat einen Marktwert von 500.000 und konnte von 34 Bundesligaspielen 17 Spiele machen und er war 2010 schon per Laie ein Jahr in Kaiserslautern und ist auf der 8. Position zu Hause und ist ab Sommer vereinslos. Als nächsten Abgang hätte ich da Marius Kleinsorge. Er war in dieser Saison ausgeliehen und war nicht gerade einer der besten Spieler bei seinem Verein. Er ist 26 Jahre alt, rechter Flügel, hat einen Marktwert von 175.000 und der Vertrag von all 3 Spielern, die ich in dieser Saison abgeben würde, läuft nur noch ein Jahr und von daher würde ich probieren, für alle noch eine kleine Summe an Geld zu bekommen oder sie einfach zu verscherbeln, damit man einfach das Gehalt sich spart in dieser Saison und damit noch ein paar geile Transfers tätigen kann. Als letzten Neuzugang habe ich das Bayern-München-Talent Malik Thielmann. Er ist 20 Jahre alt, spielt auf der 10, hat einen Marktwert von 1,5 Millionen und konnte von 34 Bundesligaspielen 4 Einsätze machen und ihn würde ich für ein Jahr von Bayern München ausleihen. Ich denke, dass Bayern München Thielmann an sich ausleihen will, da er bis jetzt keine große Rolle in der A-Mannschaft gespielt hat. In der Zweitmannschaft zeigt er immer gute Leistungen und von daher war eine Laie einfach am besten. Da ist bloß die Frage, ob sie ihn zu einem guten Zweitligisten ausleihen würden oder wohl auch zu einem eher schwächeren Zweitligisten, wie Kaiserslautern es höchstwahrscheinlich sein wird. Hoffentlich nach diesen Transfers nicht. Und was wahrscheinlich den Kaiserslautern-Fans aufgefallen ist, ich habe jetzt keinen Tommy reingenommen, da ich es für relativ unwahrscheinlich halte. Natürlich sind die anderen auch einfach nur Spekulationen und man kann das nicht sagen, ob solche Transfers realistisch wären, aber ich habe Tommy einfach nicht mit reingenommen, da es so aussieht, als würde er in die MLS wechseln. Dann habe ich jetzt hier noch eine Startelf zusammengebaut, wie sie dann in der nächsten Saison aussehen könnte mit meinen Neuzugängen und natürlich nach der Formation von Dirk Schuster, ein 4-2-3-1 und so wird sie dann einfach aussehen. Den könnt ihr euch ja kurz angucken. Auch gerne die Kaiserslautern-Fans reinschreiben in die Kommentare oder wenn andere das wissen, wenn nicht irgendein Spieler falsch aufgestellt hat und vielleicht andere Spieler eher spielen würden als diese. Ich habe ein paar Spiele mir angeguckt und halt auch ein paar Ausstellungen und von daher glaube ich, dass ich alles ganz gut getroffen habe. Dann könnt ihr ganz gerne jetzt noch ein Abo da lassen, einen Kommentar schreiben oder ein Like da lassen, da würde ich mich sehr freuen. Und dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. Euch noch einen schönen Tag.